So Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich noch schnell anmerken, dass die folgenden Aufnahmen ganz per Zufall entstanden sind. Ich wollte mit meinem Freund einfach nur eine ganz normale One-December-Runde aufnehmen. Und dann sind plötzlich fremde Leute draufgejoint. Wir kannten diese wirklich nicht. Das ist wirklich kein Scheiß, keine Verarsche. Und ja, seht's einfach selber. Ich bin raus. Ciao. Also, hallo Leute und herzlich willkommen bei eurem Plane MMP und bei eurem Flyer Games, der Michi. So, Juni, bei Michi hings grad total. Hallo Leute. Ey, du, hey, komm, 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 komm. Äh, dings, 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 wir zocken One-December auf meinem Server, eins gegen eins. Äh, und ja, Erik, der kleine Spacko, kann nicht mitmachen, weil sein Internet mal wieder meint, ihn verarschen zu müssen. Aber das ist ja auch nicht jetzt schlimm. Na, eigentlich doch schlimm, wir vermissen ihn jetzt schon sehr. Oh, ich hab ein Herz, halbes Herz. Okay, ich tippet hier schon wieder. Du bist trotzdem... Oh, ich hab die ganze Zeit. Ja, ja, ich... wie man auch am Anfang gesehen hat. Ja, ja, ich... wie man auch am Anfang gesehen hat. Ach so, neidest du bis davor. Ja, ja, klar. Ja, aber er hat doch gesagt, wir dürfen es nicht. Äh, ist doch scheißegal. Lol. Eigentlich ist auch davor, wenn du... Okay, gut, also wird gestartet, OITC, also One-December, ist auf meinem eigenen Server mit einer gedownloadeten, ähm, hijacked Arena. Ja, das ist die... Das ist auch die, die in Rage Mode verwendet wird. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los, eins gegen eins. Und zack. Oh man. Und du kannst auch dann gerne im Video sehen, dass ich nicht hacke, wie du es vorhin einmal kurz gemeint hast. Gemeint hattest. Wuhu! Ja, ich hatte immer so eine Angewohnheit, ich immer, wenn ich gekillt wurde von einem, habe ich geschrieben, Hacker. Ja, ja, das sagen viele. Ja, da hatte ich mal so eine Angewohnheit. Da hatte ich auch mal so eine Angewohnheit, Blockhitten, aber habe ich mir auch abgewöhnt. Zack. Zack. Nimmst du jetzt auch auf? Ja, ja, klar, nimmst du auch auf. Klar. Was frage ich denn da schon? Denn es ist im Titel Blaine Games vs. Flare Games. Oh man. Na, was? Alter. Ja, stimmt. Ich war noch von vorhin angehettet. Oder warte mal. Okay, gut. Oder vielleicht auch Fallschaden. Wie lange geht eigentlich denn da? User, join your channel. Wo ist hier jetzt Arne am Start? Ha, wer ist da? Dein Game LP. Dein Game LP, Alter, du bist krass. Du bist ein Faker. Echte Arne, rotier. Wolle. Ah, ha, ha, ha. What the fuck, also Wester. What the fuck, ey, what the fuck? Lass ihn noch mal reden. Rie, 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 was ist so zu sagen, dass du so ein Faker bist? Seine Mutter, was ist los, Alter? Bann. Also, das Geilste, das Geilste der Aufnahme, Alter, wir nehmen gerade hier auf und ihr kommt einfach so. Erstens, wer seid ihr? Warte mal, ich bin. Nächster YouTube-Kanal. Dein Game LP. 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 Begra enforce. Dein Game LP. Dein Game LP. Dein Game LP lapen. Dein Game LP. Dein Game LP. Zeiname LP. Dein Game LP. Dein Gamebel. Dein Game edge면. Dein Game해 tack Thriller. Zeiname. Ers pazienda werden. Leute dürfen wir das hochladen wenn ich das hochlädt, komm morgen noch mal und dann sagt dem, schick dem mit den Link, ok? Sind wir immer noch eine Aufnahme drin? Ja, seid ihr? Nein, ja, wird's aber ja, natürlich und das ist eine Big Fail-Aufnahme also ja, natürlich ja, was machst du denn? also Alter was los, oder was, also ey, also Klappmesser ziehen, oder was? 84 Abonnenten Alter, hast du 84? Alter 84 Abonnenten, sag mal, Alter, bist du krass Alter, wer seid denn, wie kommt ihr auf den scheiß CS? Könnt ihr mich anrufen, ich geb euch meine Nummer ja, Alter das ist nicht euer Ernst, oder? Alter, Arne, hoff, 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 nicht kriegen wir keine Probleme mit der neuen Content-ID von von Dings, von YouTube Ja, ey, das ist voll scheiß oder Gamer oder so, ey Alter, jetzt könnt ihr mir mal erklären, ihr seid ein User, der draufgezäunt ist, seid aber zehn Leute und wer seid ihr? Und wer seid ihr? Was willst du, was? Ey, Junge, wer seid ihr und wie kommt ihr auf den Team? Jaja Also, wir Also, ich habe heute geträumt und dann hatte ich so eine Vorstellung, Alter, dass ich heute muss auf deinen Channel gehen, weil das ist eine Bestimmung, weißt du, das ist Schicksal Ja, ja Weißt du, das ist Schicksal Weißt du, das ist Schicksal Das, das Ich bin mir so auf den Server gekommen, hab falsche IP eingegeben und jetzt nicht helfe drauf, hat das voll krass und so, ey Das Schicksal Ey, jetzt komm jetzt, ich schmeiß dich Entweder sagt ihr Wart oder ich schmeiß dich aus dem Scheiß CS, wie seid ihr hier draufgekommen? Okay, warte, warte So, jetzt sind wir normal Jetzt erklärt mal, wer ihr seid und wie ihr hier draufgekommen seid Ich bin Hannes Niehaus Ich habe einen in der Klasse, der heißt Arne, ne? Ent hier Nee, hast du nicht Doch, wir haben einen in der Klasse, der Arne heißt und dann haben wir das in der Serverliste eingegeben und sind wir auf den Server gekommen Jetzt echt? Ich bin bei Dootsub eingeben, Mr. Arne LP Nein, nicht der Mr. Arne Geht's noch? Also, ich bin in der Serverliste Bist du eigentlich klein und rothaarig? Nein Okay Also, du bist nicht klein und hast keine roten Haare? Nein Ich habe braune Haare Okay Also Okay, also ihr habt in der Serverliste Arne gesehen, weil mein Server heißt Arne Server, weil ich Arne heiße Ja, gut, das hatte ich mir schon gedacht, ich dachte, du bist Rego Er, er und, er und, er und, äh, also wir, wir zwei hatten gerade halt in der YouTube-Aufnahme Und jetzt scheint er einfach mal so rein, okay 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 Und jetzt stellt das Bit auf YouTube Dann abonniert euch kein Scheiß Und so mein Abo habt ihr direkt, True Story, ich hab auch schon abonniert Jaja Also, das ist eigentlich jeder die Kanone, das ist ziemlich schlecht Ja, jetzt kommt, komm, komm, ist schon in Ordnung Aber das ist was Gutes Aha Ja Alter Das hatte ich wirklich noch nie, ey Also, das Intro ist ziemlich scheiße, muss ich sagen User was moved out of your channel So Junge Ey, die hören sich ein bisschen an wie Nick, ein Schwenig meiner, ne? Das ist ja Sie können ... Sie können nicht mehr zeigen Leute Und, ja, ja, was, was Leute, was Leute, ja, wir sind Leute Ja, okay, Koko, ich rede ja zivilisiert Also, wir sind hier, sind hier normaler Menschen mit uns vernünftig artikulieren Und, um, deswegen, ja, ja, komm, lass stecken, passt schon Ich hab's, komm, 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 kommunizieren nicht vernünftig Und, äh, hallo, der bist du? Hallo, ich liebe dich, wenn du auch immer bist, ey, du Opfer. Das ist die beste Aufnahme, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja gut, damit wirst du eine Million Abonnenten haben. Ich sag's, die hatte eine Million. Fingt auch so wie von zu Buttermilch. Wie viel ihr die eigentlich? Ja, was ist? Buttermilch, Gekker, Buttermilch. Ja, Gott, Buttermilch ist klasse, Jünger. Ja, dicker Buttermilch. Ich muss auch nicht sagen, egal. Ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ich hab mich, ich hab jetzt nicht so viel abonniert. Ich hab jetzt erst so, ja, 11.000, aber... Oh, ganz wenig, ne? Nein, so, das geht, ne? Ich hab so ein paar bestauf gemacht, und ja, eigentlich, das kommt hoch, wenn ich nur Glück, weil ich ein paar Musik, wie ich hochgeladen habe. Ah, okay. Ja, egal, aber ich schaue, ne? Obwohl nicht, ihr könnt mal weiterreden, ne? Und wer bist, und wer seid ihr, ihr IT-Fix? Ich dachte, ich dachte eigentlich, als erstes wäre einer, der wollte mit mir aufnehmen, und dann dachte ich, der kommt jetzt auf den TS. Aber, so einen hab ich noch nie auf meinen Test schon sehen. Der einfach mal per das Serverliste. Der einfach mal verraten. Der einfach mal her. Ich hab's. Ehm, ich hab' ja, ich hab' ja den Namen, den ich da gerade, wie ich mich jetzt genannt hab, ne? Den müsst ihr auf YouTube gucken, der ist krass. Mega krass, da geht's ja. Der ist sauviel Abonnenten. 16 Stück und einfach nur geile Videos alle Videos haben mindestens 100 Klicks die Kölner die Läden läuft aber Köln Elboschiebungen der K-1 voll zerfetzt er hat ja auch nicht mehr er vielleicht leben er hat einen Müll der Probleme in einem also da ich so er ist ja es nicht und wenn jetzt wenn es nicht glauben lassen sich immer draußen die Regel dass ich hab so ich kenne so ein paar Leute er hast eine Connection oder was ja zum Beispiel so sie bis dahin hält ich will sie nur mit jahre der Gehmer wenn ich jetzt so ein bisschen was singen und ich will noch nicht sein das Leben ich weiß nicht eigentlich dass er die Ernten im Namen jetzt hätte ich noch mal dauerlust schlau mal ich bin manchmal ein bisschen blöd aber es ist ja nicht schlimm, ihr seid ja nett also an Cut an Cut lade ich das hoch an Cut was? Alter, jetzt Lava und Sonne nicht vorallem den Buch und so, naja, warum hat er das hart? ja, wie lange wollte ich jetzt noch nicht erst bleiben? weiß ich, ich fände euch voll cool wir bleiben noch ein bisschen, vielleicht noch ein paar Aufnahmen ok, ich nehme noch bis 15 Minuten auf und dann ja, auch wie lange ich hab noch ja, ok, dann nehmen wir noch eine Minute auf, ich hab jetzt elf Minuten ey, ähm, mich ist schon bewusst, dass ich 18 habe und du achst er legt das an Cut hoch, ne? ja, ich weiß ja, da hat er uns gesagt denen, die machen wir noch mal durst, dass unser Buch crying also hat er